Was machst du denn? Ich recherchiere gerade wegen diesem Geisterhaus, diesem Haus Fühlingen, was ich mir gerne anschauen würde. Aber da stehen ziemlich heftige Sachen. Was zum Beispiel? Da haben sich ein paar Leute umgebracht, so gut auch wer hängt. Angeblich werden dort schwarze Messen, also Satansmessen abgehalten, wo Hühnern und Kanickerln bei lebendigem Leib die Haut abgezogen worden ist. Ziemlich verrückt. Ja, voll. Aber ja, nein, ich schau mal hin. Das ist so grell in meinem Gesicht. Okay, wir sind jetzt hier vor allem Haus Fühlingen. Da ich ja ein großer Befürworter von neuen Erfahrungen bin, wo ich noch nie in einem Geisterhaus war, habe ich mir gedacht, hey, ich bin in Köln, hier steht das Haus Fühlingen, warum schreibe ich das nicht mal live an? Ich glaube, ich werde jetzt ein paar Schritte reinwagen und mal eine Gruslerfahrung machen. Holy... Na gut. Das sind meine ersten Schritte auf das Grundstück. Die Tür ist offen, die sollte zu sein. Wow, das ist ja freaky. So, jetzt gehen wir noch ins Haus selber rein, wo die ganzen Sachen passiert sind. So, letzter Abstecher noch auf dem Dachboden, wo sich er hängt hat. So, jetzt gehen wir auf dem Dachboden, wo wir uns bei diesem Aufladen rein machen können. So, es geht um... So, jetzt gehen wir reinecken. So, jetzt gehen wir hier, chau. So, jetzt gehen wir hier. So, dann kommt euch gerne mal und rein. So, dann gehen wir hier mit rein. So, dann gehen wir uns auf den Garten und abajo hin, Bis zum nächsten Mal.